Dieses Pflaster warnt dich vor dem Sonnenbrand. Diese UV-Patches trägst du einfach auf deine Haut auf. Anschließend cremst du dich mit Sonnencreme ein, unter anderem auch über diesen Patch. Nach einigen Minuten, wenn du unter der Sonne bist, wird es transparent. Bald es wieder violett wird, bedeutet das, dass du dich nachcremen solltest. Vorsicht, creme dich trotzdem zusätzlich noch ein. Achte darauf, dass du nicht in der Mittagssonne draußen bist. Geh unter einen Sonnenschirm, das heißt, dieser Patch alleine wird dich nicht nur schützen.